Hey mein Schatz! Hey mein Schatz! So, die Jessica hat leider Computerprobleme, so wie ich sie letztens mit der Kamera hatte, sind bei dir wahrscheinlich die Boxen kaputt. Werden wir dir neue Boxen besorgen, das ist mein Hase. Ganz so gut, also nicht wundern, falls eine Antwort vielleicht zeitverzögert kommt oder gar nicht kommen sollte. Das bitten wir da an der Stelle mal zu entschuldigen, das ist hier wieder mit ihrer Technik nicht so gut. Müssen wir nachbessern. Ich hab ja schon mal gesagt gehabt, falls jemand einen gebrauchten PC hat, gerne nach Jessica, die kann das gebrauchen. So. Ja, dein PC nervt einfach, der ist kacke. So. Wir sind in der Frank-Baumer-Ära wieder zurückgekehrt. Wir sind jetzt 2020, 2021 gelandet. Und da sind wir stolzer 17. Platz geworden. wir haben es wieder HSV quasi gemacht. Wir hatten eine umgedrehte Tabelle, weil die Putzfrau das umgeschmissen hatte. Und dann haben wir gedacht, wenn wir alles falsch machen, dann werden wir in der umgedrehten Tabelle zweiter. Ja, sind wir auch geworden. Wir haben den besten Trainer vertraut, den man eigentlich nicht für Geld haben wollte. Kann ich immer nur wiederholen, mit unserem Kofeld sind wir nicht nur 16. geworden in der Vorsaison, er konnte noch einen draufsetzen, dann sind wir noch 17. geworden. Wenn man mich daran erinnert an diese Saison, Kofeld statt immer zu Diskussionen, hat dann doch immer weitermachen dürfen und hatte immer so sogenannte Endspiele, weil Frank Baumann immer die Pistole auf die Brust gesetzt hatte. Die hätte er dann immer irgendwie unentschieden oder gerade so gewonnen, deswegen durfte der weiter da machen. Ja, das war eigentlich bis zum vorletzten Spieltag, da kam erst Thomas Schaaf zurück, weil sie den rausgeschmissen haben. Also, wie gesagt, wir sind mit 31 Punkten, was wir geholt haben, 17. Platz geworden. Wir haben mehr Tore reingekriegt, als was wir geschossen haben. Das war auch schon in der Saison davor so. Das bahnte sich eigentlich schon an, das Fiasko. Also am 16. Platz, da hätte man eigentlich Kofeld schon kicken müssen. Ich meine, ich hätte ihn schon vorher vor dem 16. Platz gekickt, weil das war auch rahmenschwarz aussah in der Saison, aber 2021 ist der 17. geworden, der hätte eigentlich schon gar nicht mehr machen dürfen. So, das ist typischer Baumann-Fehler mal wieder gewesen, er hat ihn da weiter rumgempeln lassen, okay? So, und dann ist das quasi unser Kader gewesen. Wir haben 36 Spieler im Kader, was sehr viel ist, mehr wie jetzt. Wir haben 13 Ligonäre, 24,5 ist das Durchschnittsalter der Spieler gewesen. Wir haben 26 Zugänge gehabt und 31 Abgänge. Also man kann jetzt nicht sagen, Frank Baumann hat nicht versucht, da irgendwas umzumuddeln, weil das in der Vorsaison nicht funktioniert hat. Aber er hat Schrott gegen Schrott getauscht, das kann man mal so sagen. Also er hat den besseren Schrott noch ein bisschen verkaufen können oder die besseren Spieler und hat noch mehr Schrott dazugehört. Hat er damals auf Masse statt auf Klasse gesetzt. So, da ist ja unser Jury Polenka, der ist auch noch da, hat alle Spiele gemacht, brauche ich nichts zu sagen, haben wir ausführlich behandelt, das Thema. Der wird ja auch in der Nachsaison, hat er immer gespielt, hat er jetzt in der Saison quasi 23, 24, wo er uns jetzt aktuell befinden, wo wir das Video aufnehmen. Da wird das wahrscheinlich jetzt zu Ende gehen, da wird er sich jetzt wahrscheinlich vom Verein, weil der Vertrag ausläuft. Ja, da trennt man sich wohl, aber bis dato hat er gemacht. Sehr zuverlässig, man nannte ihn immer die Krake, hat eigentlich immer auf der Linie eigentlich ganz paraden gezeigt, aber im offenen Spiel war der eigentlich nicht so gut und deswegen wird er jetzt aktuell von Zetti beerbt, weil der das auf der Linie eigentlich auch bekommt kann und kann auch eine bessere Spieleröffnung und sowas und ist eigentlich mitspielender Torwart. Den Eduardo dos Santos Hessler, auch so ein Eigengewächs, hat nicht gespielt. Luca Plotmann hat man sich viel von erhofft, hat nicht wirklich gespielt, ist nachher das ewiges Talent auch von Werder weggegangen und Dudu, der ist immer noch da. Der hat eigentlich seit dem an, hat der eigentlich immer, ja, die Nummer drei gekleidet. Der war nie wirklich gut. Er war immer dritter Mann, deswegen sagte ich ja jetzt auch in der Saison, wo Clemens Fritz ja jetzt, den Frank Baumann beerbt, in der Saison 23, 24, der will ja 13 Spieler rausschmeißen, dazu gehört der Dudu ja dazu, läuft der Vertrag, glaube ich, eh aus und der muss auch gekickt werden, also so einen brauchst du nicht. Er setzt sich immer dankbar auf die Tribüne und kriegt sein Geld dafür, also so einen Spieler brauchst du nicht, der gibt einen Jugendspieler die Chance. Der Luca Plotmann galt als ewiges Talent, ist leider bei Werder nichts geworden. Können wir mal reingucken, wo der gelandet ist, der ist hier, ich kenne den Verein gar nicht, ich kann das gar nicht lesen. Der ist in der Reste Divisivs, ist der gelandet, okay, der Liga, das nennt sich FC Dorett, das sagt mir gar nichts, ich kenne den Verein nicht. Okay, kommen wir einfach mal rein, wie die gespielt haben, ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich den Verein nicht kenne, aber scheinbar sind die wohl aktuell Vierter, okay. Wenn er da vielleicht Stammtorhüter ist, warum nicht? Ich kann da gar nichts zu sagen, die haben jetzt 66 Punkte aktuell. Wenn er da glücklich geworden ist, der galt immer als ewiges Talent, aber wenn er dann mal spielen durfte, war er verletzt. Auch nicht wichtig für uns gewesen in der Saison. Der Theodor Gripicelassi, der war hier sehr wichtig, in der Saison hat fast jedes Spiel gemacht außer eins, hat vier Tore geschossen in der Saison, war auch sehr beliebt bei den Fans, da können wir auch mal ranklicken. Ich weiß gar nicht, wer da danach gewechselt, ob der noch spielt? Auf jeden Fall hat der insgesamt 271 Spiele gemacht. Davon stand der 251 Mal in der Startelf. Der hat insgesamt in seiner Karriere 23 Tore geschossen und 24 gelbe Karten gesammelt. Hat 11 Vorlagen gegeben und was bedeutet das? 20 Mal ein und 20 Mal aus. Wahrscheinlich 20 Mal eingewechselt und 11 Mal ausgewechselt, heißt das, glaube ich. So, Siegquote, wenn er gespielt hatte, war bei 32,1%. Die Spielzeit war in der Regel immer fast 200%, 93,1%. Er brachte, wenn er gespielt hat, einen Punktedurchschnitt in allen Spielen von 1,2%. Er hat ja auch in der Kohfeldt gespielt, das darf man ja nicht vergessen. So, der hat hier jetzt für Werder 298 Spiele sogar gemacht und 24 Tore. Achso, das war das Titel hier nur in der Bundesliga, diese 271. Okay, gut. Wenn man jetzt mal auf alle Vereine nochmal rauf geht, ich weiß gar nicht, wo der jetzt aktiv ist oder seine Karriere beendet hat. So, das müsste ja jetzt das oberste sein. Der spielt seit 2021, spielt er wohl noch in seiner Heimat, den Sova-Libarich. Da spielt er seit zwei Jahren und neun Monaten, ist er halt immer noch aktiv. Okay. Ja, warum nicht? Also der ist echt geliebt und gefeiert worden von den Fans, das kann man nicht anders sagen. Kennst du den noch? Hase? Hm? Kennst du den Spieler noch? Ja. Okay. Marco Friedl, brauche ich nicht zu sagen, spielt aktuell noch. Hatten wir auch besprochen gehabt. Ludwig Augustin, hatten wir besprochen gehabt in den anderen Videos. Ömer Toprak, hatten wir besprochen gehabt in den anderen Videos. Veljkovic, brauche ich nicht zu sagen, der ist mit Werder verheiratet. Den haben wir auch schon vorgestellt. Den Mosander hatten wir schon genannt gehabt. Den Felix Agud, der spielt immer noch. Der Park, das war so ein Spieler gewesen, der kam damals ja nur, hat mir ja kurz das Video schon angerissen gehabt davor. Das war so eine Werbepartneraktion. Die haben bei uns damals Werbung geschaltet und dafür mussten wir einen Spieler von denen nehmen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Nationalität ist. Das ist hier Südkorea, okay. Der hat gar nicht die Lizenz gehabt, um in der ersten Bundesliga oder so zu spielen. Der kam hier nur in der U19, in der U23 zum Einsatz. So, hat zwei Spiele auch nur gemacht. Ist zweimal eingewechselt worden. Keine Karten, keine Vorderungen, keine Tore, kein nix. Das müssen wir uns nicht großartig so aufhalten. Der ist quasi auch nur gekommen, weil es da vertragsmäßig mit dem Werbepartner so vereinbart war, weil die könnten ihre Werbung schalten in Südkorea oder Japan oder China, wenn da so Spieler mit bei sind. Und die schalten sie dann da für diesen asiatischen Markt so sehr stark in den Fokus. Und Werder hat in der Zeit auch sehr stark in Asien explodieren wollen. Und einen neuen Markt erschlossen in Sachen Werbeeinnahmen. Und die Asiaten lieben Werder Bremen. Das habe ich gar nicht so gewusst. Wenn du mal nach Bremen reinfährst in die City am Dom oder so, du siehst immer sehr viele asiatische Leute. Ich weiß nicht, ob die aus Japan oder wo sie alle herkommen. Und die machen immer, kommen mit dem Bus angefahren, haben wirklich nur eine Stunde Zeit, machen ganz viele Bilder. Also die gucken sich das gar nicht vernünftig an, eigentlich nur durch die Kamera, machen Pausen von Bildern und zack wieder alle in den Bus, zack in die nächste Stadt. Das ist immer ganz lustig, wenn die kommen. Hast du das schon mal gesehen in Bremen? Mein Hase? Hm? Habt du das schon mal gesehen hast? Hm, hm. Nee, okay. Also wie gesagt, wie du das jetzt hörst, Jessica, die Lautsprecher funktionieren nicht gut. Also müsst ihr jetzt entschuldigen, dass ihr jetzt nicht wirklich was zu sagen könnt. Vielleicht hört sie nicht alles, ne? Der Luan Rickmann ist nicht wichtig gewesen, ist ein Eingewächs gewesen. Simon Straudi ist ein Eingewächs gewesen, hat gar nicht gespielt. Der Maximilian Iggestein hat sehr viel gespielt, ist ein Eingewächs gewesen, hat da in der Saison bei 24 zwei Tore geschossen in 36 Spielen, die möglich waren. Der Kevin Mühwald, der hat, der kam damals, muss ich lügen, der sechs Tore geschossen in 12 Spielen, der kam damals, na, muss ich lügen, der kam von Nürnberg, kam der nach Werder, der war quasi in der Saison 18-19, 19-20, 20-21, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen gehabt, über den Spieler, brauchen wir nicht großartig erwähnen. So wichtig war der nicht für Werder. Gehen wir mal zurück. So, ansonsten haben wir hier noch den Bittencourt, der spielt heute noch bei Werder, der Groß, der ist da ja hochgezogen worden, aus der U23, haben wir im letzten Video drüber gesprochen, wollen wir nicht mehr reden. Der M-Bomb ist gewechselt, war auch so ein Eingewächs, hat bei Werder auch nicht so wirklich, hatte mal ein, zwei gute Spiele gehabt in der zweiten Liga, aber war dauernd verletzt. Ähm, war mir mal jetzt ausgeliehen, hat auch nicht wirklich funktioniert, hat vier gelbe Karten gesammelt und, ja, keine Vorlagen, keine Tore, kein nix. War sehr oft verletzt, muss man dazu sagen. Hm, wollte ich auch immer verkauft haben, also als ich da Manager mal gespielt habe auf dem PC, wollte ich immer verkauft haben. Den Patriot Erras, da hat man sich viel von versprochen damals, den hat man eigentlich vorgestellt, nur sechs Spiele gemacht. Der sollte eigentlich die neue Defensive bilden im Mittelfeld. der neue, ja, Frings quasi. Äh, ist er nie geworden, total überbewertet gewesen, den hat man hoch angepriesen, tief ist er gefallen, hat nur zwei gelbe Karten geholt, ein Tor zwar geschossen, okay, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, und ist viermal ausgewechselt worden. Hat er immer dann, wenn jetzt muss, eine Stadtarztgruppe von 100%. So, aber der hat nicht wirklich überzeugt, nach einer Saison eigentlich schon zack und wieder weg. Aktuell spielt er bei Holstein Kiel, da scheint er wohl zu funktionieren, ja, weil die steigen ja auch auf, da scheint er vielleicht zu funktionieren, da weiß ich jetzt nicht drüber, müsste jetzt ein Holstein Kiel Fan mal sagen, ob der auch wirklich spielt da. Ja, den Iarlov Gorov, den haben wir damals im Video vorgestellt gehabt, beziehungsweise verabschiedet, als der damals gewechselt ist. Er hat in dieser Saison, kam er gerade neu mit seinem Papa, der war ja Co-Trainer, hatten wir drüber gesprochen gehabt, der hat hier auch nur drei Spiele gemacht in der Saison, ich glaube, aus Bulgarien, der Junge, hatten wir drüber gesprochen gehabt. Ist ein Megatalent gewesen, was Werder da anhand gezogen hatte, und der Papa war da mit bei, da haben sie nachher wenigstens noch richtig Aschefüll gekriegt, als er dann gewechselt ist. So, und hier kann man das sehen, der kam über die U19, ist herangeführt worden, zwischen 2017 und 2019, und von 2019 bis 2023 war er dann da. Den haben wir in der letzten Saison vertickt, haben wir doch damals eigene Videos zu gemacht. An der Stelle verweise ich da einfach jetzt mal drauf und gehe einfach zum nächsten. Der Philipp Badfriede hat da auch noch zwei Spiele gemacht, also unglaublich, der war ja auch dauernd verletzt. Der war damals ja so Notnagel eigentlich noch, bis er dann nachher noch in die U23 gegangen ist, dann noch ein paar Spiele gekickt hat. Der Yannick Engelhardt hat nicht gespielt. Der Benjamin Goller hat nicht gespielt, obwohl das ein Megatalent sein sollte. Der Nikolai Rapp, der damals kam, hat nicht gespielt. Der Niklas Schmidt, damals auch noch nicht gespielt. Das ist ja heute unser Schmidi gewesen. Zaget kam damals, hat damals sieben Tore geschossen und 15 Spielen. Osaku war damals ja noch Thema gewesen, hat da nur ein Tor gemacht in 18 Spielen, hat sehr enttäuscht. Die Rakete war noch da, Rocket hat 16 Spiele gemacht, drei Tore, auch ein bisschen wenig. Füllkrug, der hat damals sechs Tore geschossen in zehn Spielen, der war ja sehr oft verletzt in der Zeit, konnte nur wenig helfen. Der Ehren Dinschi hat da auch damals das einzige Tor geschossen bei Werder in neun Spielen. War auch damals ein ganz wichtiges Tor, wo Füllkrug ausgefallen war. Hatten sie ja damals wieder auf Ekechi gesetzt. Der Nik Woltemade war da schon da, hat sieben Spiele gemacht, ist danach ja immer wieder verliehen worden. Der Johannes Ekelstein, habe ich nie verstanden, wo man den abgegeben hat, damals in der zweiten Saison, da brauchten die wohl Kohle. Aktuell kann er mit Pauli aufsteigen von der zweiten in die erste. Ja, man brauchte wohl Kohle, man musste seinen Tafelsilber verkaufen, aber das fand ich schade, dass man die damals abgegeben hat, die beiden Brüder. Da war ich mega Fan von. Oder bin es immer noch. Ja, wie spricht man ihn aus? Den Luke Inghorst hat nicht gespielt. Den Mike Lukaweg hat nicht gespielt. Und hier ist nochmal der Abdennego Naginski hat auch nicht gespielt. Und ich weiß nicht, warum hier Markus Anfang schon aufgelistet wird, der hat da quasi ja am Ende erst übernommen, also dann sind wir ja abgestiegen, Hoffeld vorletztes Spiel raus, Schaaf sollte nochmal als Messias, als Retter nochmal auftreten im letzten Spiel, hat das versucht, aber hat ja nicht geklappt, dann sind wir abgestiegen. Und kurz danach haben die ja schon den Markus Anfang eigentlich präsentiert, da waren wir aber abgestiegen, die Saison war vorbei. Deswegen würde ich eigentlich Markus Anfang jetzt gar nicht besprechen wollen. Das machen wir eigentlich im nächsten Video. Ja? So. Dann hatte man ja David Selke ausgeliehen gehabt von Hertha mit einer Kaufoption. Ich weiß nicht, das waren damals 20 Mille, die hätte man bezahlen müssen, wenn Werder nicht abgestiegen wäre. Und weil wir abgestiegen sind, kam diese Kaufoption nicht zustande. Da hat Baumann einen riesen Bock geschossen gehabt. Der Spieler war das überhaupt nicht wert. Und wir haben, oder hätten dann 20 Mille für den bezahlen müssen. Also das war wieder so ein megamäßiger Scheißtransfer von Baumann. Wie so viele andere Spieler auch. Den Tarnik Chong kann ich mich nicht daran erinnern, der hat da zwölf Spiele gemacht. Ich kann mich an den Spieler nicht erinnern, da gibt es auch leider kein Bild zu. Der Danny Klaasen hat damals ein Spiel gemacht, als er kam, scheinbar keine Tore geschossen, war aber für die Mannschaft defensiv sehr wichtig gewesen. War auch ein sehr teurer Spaß für Werder. War eigentlich sehr wichtig und kann man auch als Baumann positiv anrechnen, in Sachen Transfers auf jeden Fall. Den hatten wir uns aber auch schon angeguckt gehabt, meine ich. Also gehe ich auch weiter. Den Stefanos Campino, Ersatztorwart, hatten die gespielt, etc. War glaube ich auch immer viel ausgeliehen oder verletzt. Hat da noch nicht gespielt. Den Mike, Na, Rocky, genau das gleiche. Das sind meistens auch so Spieler wie der Ole Kuiper. Und ja, die sind meistens auch in die U23 dann oft gewesen. Die werden hier zwar noch aufgelistet, um die Mannschaft aufzufüllen. Die haben meistens beim Training mitgeholfen oder so. Spielen aber eigentlich zu dem Zeitpunkt noch in der U23 oder irgendwas. Der Martin Harnik, ja, war damals dauernd verletzt gewesen. Danach ist er dann quasi auch gegangen worden. Den Johan Osabuti, ja, da noch das gleiche Thema. Der ist in der Versenkung verschwunden. Wie gesagt, Kohfeldt raus. Hat einen Notendurchschnitt am Ende nur noch gehabt. Die Punkte, die er holte, von eins. Also richtig schlecht. Fast so schlecht wie Robin Dutt. Und ja, Thomas Schaaf kann man das eigentlich nicht anrechnen in der Saison. Der hat ja nur ein Spiel gemacht mit einer Niederlage. Und das war halt das letzte Spiel. Und deswegen sind wir abgestiegen. Kann man an ihn aber überhaupt nicht festmachen. Obwohl das natürlich bei anderen Sachen, natürlich der letzte Trainer, der absteigt, der steht nachher auch drin als Abstiegstrainer. Das ist so ein bisschen traurig, dass das da passiert ist. Da wollte er ja eigentlich noch was Gutes tun. Und im letzten Saison, sie konnten den Verein noch retten. Aber das geschah nicht mehr. Also Kohfeldt hat es eigentlich versaut. Baumann auch, Bode auch. Wie sie alle hießen. Die haben alle zusammen alles versaut. Richtig schlechte Arbeit gemacht. Rottenschlecht. Das war gar nichts in der Saison. Wenn man hier nochmal in die Statistik reingeht. Das habe ich nochmal gefunden in der Saison. hatte wirklich der Gibril Zilassi und der Iggestein Maximilian die schnellste Laufdistanz überhaupt. Das waren überhaupt unsere einzigen Spieler in der Saison, die mal wirklich Gas und schnell laufen konnten. Ansonsten hatten wir in allen Statistiken teilweise gar nicht erwähnt oder waren grottenschlecht. Deswegen habe ich mir das jetzt rausgesucht. Das war das Beste in der Saison, was wir hingegräht hatten. Diese zwei Spieler konnten wenigstens noch ein bisschen Tempo geben. Man darf nicht vergessen, wie alt der Gibril Zilassi zu dem Zeitpunkt war. So, dann hatte ich die nächste Statistik. Das ist eigentlich... Ich war hier auch richtig, ne? Ne, jetzt ist er zurückgesprungen. Ah ja, okay, jetzt habe ich eben nicht gelangt geklickt. Wir müssen aber da nochmal hin. So, Entschuldigung. So, da haben wir quasi 34 Spiele gespielt. Wir haben 69 Gegentore gekriegt. 42 Tore haben wir geschossen. Wir haben in der Saison 72 gelbe Karten gekriegt. Elfmeter Tore hatten wir 3. Und rote Karten hatten wir 4 durch die Mannschaft. Wir hatten 8 Siege, das sind 24%. 7 Unentschieden, das sind 21%. Und 19 Niederlagen, das sind 56%. Das heißt, es ist jetzt aufgerundet mit 1,0. Weil das sieht man eigentlich, wir sind eigentlich bei 0,91 bei Kohfeldt gewesen. Das heißt, er hat jetzt eigentlich, Roman Dutt eigentlich schon so gut wie eingeholt in negativ sein. Man rundet immer, ja, auf. Und deswegen komme ich da auf 1. Ja? Ähm, so. Gesamte Punkte hatten wir 31. Wir haben 9 Punkte zu Hause geholt und 22 auswärts. Also alle, die eine Dauerkarte in der Saison haben, die müssen wahnsinnig geworden sein. Das ist gar nichts gewesen. So, hier kann man auch mal kurz sehen. Die Ergebnisse. Können wir auch alle sehen? Mal klicken. So. Ne, kann man nur das Aktuelle, glaube ich, sehen. Okay. Also da haben wir 6-1 gewonnen gehabt gegen Köln. Da haben wir 3-1 verloren gegen Mainz. Da haben wir 0-1 verloren gegen Bayern. Da haben wir 1-5 gewonnen gegen Paderborn. Und 0-1 verloren gegen Wolfsburg. So, da kann man auch mal Statistiken sehen, dass wir im Strafraum 83% hatten. Mit rechts, das sind die Teils der 42 erzielten Treffer. Also wir haben quasi im Strafraum unsere meisten Buden gemacht. Nämlich die 35%. Mit rechts, ich meine sowohl rechten Fuß oder so, 57%. Mit links 19%. Kopfballtore 19%. Außerhalb des Strafraums 17%. Elfmeter-Tore 7%. Eigentore gesamt hatten wir ja 2, haben wir 5% hingelegt. Und nach Freistoß gar nichts. Also die Sachen, die hätte man trainieren können, wie Ecken, Freistöße und Einwürfe und sowas, wo man das zu Tore führen kann. Also die Standards, die waren hier grottenschlecht, wie bei Oli Werner aktuell. Die sind da auch grottenschlecht. Mein Hase, du sollst nicht einschlafen. Hallo? Nein, tue ich nicht. Ich höre dir zu. Deine Augen sind gleich zu. Nein. So. Ich weiß, dass meine Stimme schön ist und dass viele Leute das zum Einschlafen hören, habe ich mir sagen lassen. Nein, nein. Die Stimme ist auch gleich schon wieder weg. Anzahl der erzielten und passierten Tore pro Spiel. Kann man auch nochmal ganz sehen. Das verfliegen wir aber jetzt nur so ein bisschen. Denn das haben wir schon mal genutzt, diese Software, als wir mal einen Spieltag nachbereitet hatten. Da verweise ich aber einfach auf die Homepage. Das möchte ich jetzt nicht alles vorlesen. Hier haben sie das erste Tor im Schnitt nach der 30. Minute geschossen und das letzte im Schnitt in der 54. Minute. So. Die haben mindestens, Anzahl der Spiele mindestens ein Tor geschossen, 22. Erzieltes Gegentor im Schnitt 41. Minute. Letztes Gegentor im Schnitt 68. Minute. Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 30 Stück. Also wir haben da richtig abgekackt. Hier kann man das nochmal so durchgehen. Das möchte ich gar nicht alles vorlesen, wie oft wir vergeigt haben. So. Also Tore geschossen haben wir dann hier im Schnitt. Das wird immer abgerundet. Dann schneiden wir 1,2 und Elfmeter 0,1. Das wären alles Sachen gewesen, die hätte man trainieren können und nie trainiert worden sind. Also Passgenauigkeit. Die Passgenauigkeit war ja wirklich gut, aber Ballbesitz war auch grottig 48%. Erfolgreiche Tacklins 10,2. Zweikämpfe gewonnen. So schlecht sind die Werte gar nicht, aber wir haben das nicht umwinzen können. So Platzverweise und Game Karten hatten wir da auch sehr wenig. Uns haben da auch so ein bisschen die Kickspieler geführt, die mal einen Unterschied hätten sein können auf dem Platz. Klar, das hatten wir überhaupt nicht. Das zählt auch zur Wahrheit dazu. Das kannst du Kohfeldt nicht anlassen. Das ist eher so ein Frank-Bommern-Ding gewesen. Hier habe ich nochmal aufgelistet, welche Spieler da gekommen sind und von welchen Vereinen die gekommen sind. Also der Progmann von Meppen, der Zetteras von Zolle, der Chong von Westminster United, der Eras von Nürnberg, der Mbom von Uerdingen, der Schmiddy von Wolfsberger AC, der Agu kam auch von Osnabrück, also nicht weit von uns entfernt, der Beinmo von Kräuterfjord, der Beste von Emmen, also Beste ist ja hier der Typ, der mit dem Bart, den du ja so gerne leiden magst, mein Engel. Der Hane kam von HSV, der Schönfelder kam von Mainz, der Jugend, der Tai Yong kam von Klubbrugge, KV, kenne ich auch nicht. Stefano Capino kam von Sandhausen, der Jonas Eggestein kam mal von Latzt, Danny Klaassen kam von Ajax, Simon Straudig kam von Klagenfurt, David Philipp kam von Ado Den Haag. Okay, ja, und dann hier nochmal, weil die ausgeliehen waren. Der Plottmann, der Niklas Wiemann kam von HSV 2, der Ben-Jomon von Mamö, der auch teuer gekauft werden, ist auch so ein Frank-Baumann-Fehler gewesen, ich meine, da hatten wir schon drüber gesprochen, im Video meine ich mich, dass wir erinnern. Für viel Geld gekauft worden, nicht wirklich gespielt, war so ein Megatransferflop und mussten wir billig nachher wieder abgeben, da haben wir richtig geheilt und Geld verpratzt in der Ablösesumme. Da haben die damals gedacht, wir kaufen so einen schlechten Spieler für die Bundesliga und Frank Baumann hat es getan. Da reiht sich Misserfolg an Misserfolg an Transfers. Ping Bartels kam damals, der war ganz wichtig für uns, von Holstein Kiel. Und Beste nochmal nach Regensburg. Goddard nach Karlsruhe und Vogt, ja, war ausgenehm von Hoffenheim. So, die nächste, ja, das was ich am Anfang des Videos erzählt habe, Hochwert Zukunft in Bremen nun doch offen, wenn da Gremien beraten über Coach. Das ging die ganze Saison auf und ab und am Ende mussten sie ihn dann doch kicken. Viel zu spät. So, das ist wahrscheinlich nicht am Ende noch eine Frank Baumann Entscheidung gewesen. Die anderen waren da auch alle mit dem Boot, wie Bode und Co. Bode ist ja nach der Saison ja auch geflogen oder gegangen oder freiwillig gegangen, wie man es auch sehen möchte. Wir haben danach einen richtig auf die Mütze gekriegt. Da gibt es schöne Videos zu, die können wir leider eigentlich aus GEMA-Gründen nicht zeigen, was leider traurig ist. Aber am Ende musste der weg. So, damit meine ich gar nicht jetzt, ob er jetzt menschlich scheint, der Mensch und netter Mann zu sein. Das bewerte ich ja nicht. Das ist nur, was er halt als Trainer geleistet hatte. Das darf man jetzt immer nicht vergessen. So, hier kann man nochmal Kohfeldts Erfolge sehen in der Bundesliga. Es war ganz klar ein DFB-Pokal-Trainer. Da kam er hier auch einmal ins Halbfinale sogar. In der Saison 2021, wo wir abgestiegen sind, kam der in DFB-Pokal, deswegen hat man ihn noch so lange gewähren lassen, ins DFB-Pokal-Halbfinale. Dann trat sich er noch auf den 17. Platz abgestiegen mit der Mannschaft. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber das war so. So, und der kam hier nochmal an die Regulation, ist er gescheitert damals. Dann ist er hier 18, 19 auch nochmal in der Halbfinale gewesen. Und 17, 18, wo er übernommen hatte, da kam er dann noch ins Viertelfinale. So, und dann hat er hier ja scharf übernommen. Das kann man aber nicht wirklich bewerten, was wir ja gesagt haben. So, dann gehen wir nochmal weiter. Das war nochmal ein ganz wichtiger Spieler, der damals kam. Das war damals der, ja, Stargate quasi, der kam aus den Vereinigten Staaten. Den haben wir damals noch viel, viel Geld verkauft. Hat aktuell einen Marktwert von 12 Millionen. Und wir können sehen, dass wir den auch über die U23 aufgebaut haben. Dann kam er nach Werder. Ablöser hat er mal 3 Millionen gekostet. Und über den Transfer, ja, Wert haben wir da noch 9,5 Millionen rausgeholt. Also mehr, wie er damals wert war in der 2. Liga, wo wir dann abgestiegen sind, haben wir den ja damals vertickt. So, das ist hier Spielminuten pro Tor. Sind 118 Minuten braucht er für ein Tor. Das ist hier Spielminuten allgemein, hat er 1758 bis jetzt abgerissen. Er hat hier 2 Vorlagen und 15 Tore geschossen in 26 Spielen aktuell. Boah, sein Transfermarkt ging damals runter, als wir den verkauft haben, ging er hoch, immer hoch, immer hoch, immer kurz ein bisschen runter. Und dann ging er wieder hoch, 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 hoch. So, der hat sich eigentlich nur gesteigert in der Transfer. Aber es ist nach den Erwartungen zurückgeblieben bei Werder, war ganz klar. Aber jetzt spielt er aktuell auch 2. Liga. Das scheint er zu funktionieren, ist ein besserer 2. Liga-Spieler. Aber für die Bundesliga war das schon, naja. Ging so. So, und dann habe ich nochmal das entdeckt, bevor wir das Video gleich fließen werden. Es waren sehr wenige Spieltage, die ich durchklicken musste, um überhaupt einen Werder-Spieler zu finden. Ne, andersrum. Ich musste sehr viele Spieltage durchklicken, um überhaupt mal einen Werder-Spieler zu finden. So, Entschuldigung. Das ist meine Wortfindungsstörung. Aber ich habe Füllgrub mal entdeckt und das wollte ich nochmal gezeigt haben. Also der stand nochmal und hier der Augustinsson hat auch da damals ein Tor geschossen. Die standen mal in den Elf des Tages. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sind eigentlich durch mit dem Video. Frank Baumann, wie wir jetzt gemerkt haben, hat sehr oft daneben gelegen. Hat sehr viel Scheiße gebaut. Wir sind nicht ohne Grund abgestiegen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo die Transfers finde, die vielleicht noch spannend sind. Ah ja, das wollte ich auch nochmal haben. Genau. Wenn man einfach mal die nackten Zahlen nochmal sieht. Auch hier haben wir eigentlich sehr schlecht gewirtschaftet für ein Unternehmen, was so viele Millionen kriegt. Wir haben durch die Zugänge 10,5 Millionen ausgegeben und haben 11 Millionen eingenommen durch Transfererlöse. Und hatten am Ende dann 500.000 Euro über. Das ist für einen Verein, der eigentlich Millionen verschiebt und mit verdienen sollte, eigentlich ein Armutszeugnis. Also das hat Münster zum Beispiel in der dritten Liga in der Pandemie geholt. Da hatten die 300.000. In der Pandemie, wo keiner ins Stadion gehen durfte. Das ist ein Armutszeugnis für so einen Manager. Also in der ersten Bundesliga. Wir hätten ein paar Millionen stehen müssen. Und im Positiven natürlich, nicht im Negativen. Das ist ein Armutszeugnis hoch 10. Und deswegen sind wir ja auch abgestiegen. Da war richtig viel Schrott dabei. Also der hat mal einen Korn gefunden, dass man mal gut war. Aber der hat sehr viel daneben gegriffen und sehr viel Scheiße gebaut. Das ist einer der Gründe, dass Werder auch so schlecht dasteht. Auch finanziell. Ja, ansonsten sind wir durch. Ihr seht das schon, ich habe das Buch schon in der Hand. Ich möchte darauf verweisen, dass wir ja, oder beziehungsweise ich, ein Buch geschrieben habe. Die beste Mord, die Leiche, Tanz und Mitternacht. Ich packe euch wie immer gerne den Link in die Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video gerne wieder. Und ich hoffe, dass dann die Problematik mit Jessicas Kopfhörer beziehungsweise Lautsprecher behoben ist. Und dass sie dann auch wieder am Gespräch teilnehmen kann. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Tschüss. 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 Vielen Dank.